Bringt uns zur Belagerung! Ähm... Wenn ich den jetzt hier hinstelle... ...werden sie nicht vorbereitet sein. Unsere Steine werden ihre Steinmauern in Schutt und Asche legen. Tribunken können über große Entfernungen hinweg Steine auf feindliche Befestigungen schleudern. Leider kann man nur schlecht damit zielen. Ich weiß, wie weit ist es bei denen? Weit. Kann ich von hier aus oder muss ich weiter weg? Ein langsames Bewerbungsgeld, schwer Steine in hohen Bögen aus großen Entfernen. Abfeuert. Vier, fünf... Wie weit kann der Tribunk hier schießen? Weiß es jemand? Ich habe keine Ahnung. Äh... Falsch. Uh, 20 Stück. Nice. So. Ähm... Hier hin. Ist noch unser... Gut. Da fehlt uns noch ein bisschen was. Okay. Okay. Bringt uns zur Belagerung. So. Naja. Ist in Ordnung. Das juckt die da oben gar nicht da. So. Ist in Ordnung. Von der Seite her schiebt sie dann drauf. Ach, die gehen jetzt auch im Marsch auf die drauf. So. Da ist der Reiter. So. Die da vorne schon angreifen. Das ist in Ordnung. Ne, ne, ne. Du, du, gehst zurück. Du gehst zurück. Du gehst zurück. Du gehst zurück. Und das Schwede. Da hat nur einer überlebt. Ähm... Ich verpasse ich mal schnell. Holz. Dann brauche ich 80 für einen kleinen Angriff von denen. Wir kosten Triebock. 400. Und da... Ähm... Ich könnte 15 von denen machen. Kann ich nicht, weil ich keine Pferde habe. Uhhh... Jetzt brauche ich Pferde. Ich brauche mehr Pferde. Hottehüs. Ich brauche mehr Hottehüs. Wir brauchen mehr Holster für Hoheit. Ja, das ist auch in Ordnung. Wohin reiten wir? Hier vorne hin. So. Naja, zum Beispiel ist der Turm gleich im Arsch. Gleich ist er einmal, wenn er trifft. Ah, okay. Noch einmal. Noch einmal. Dann ist er einmal. Ähm... Wie viel ich brauche ich für einen großen Angriff? 200. Das war eine Griechen. Ähm... Bereit für den Kampf! Ich schieße mal da drauf. Der ist schon wieder zu weit weg. Okay, da hätte ich ihn weiter vorne hinschätzen müssen. Aber... So ist glaube ich... Ne, mach den da. Ich glaube, ich greife jetzt wirklich erstmal den da drüben an. Ähm... Hier bräuchte ich irgendwie ein bisschen mehr Gold. Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. So... Hier so hinstellen. Und zwar da hinten. Ja, machen wir da. hier so... So... Hm... Hmmm... Das kann der da oben... Armbrue schützen. Okay, Armbrue schützen ist auch mal nice. So... Einfach mit reiten! Und schießen! Nein, 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 nein. Hier hin, hier hin, hier hin, hier hin. Und Dankeschön. Nein. Ich merke es, ich habe ein bisschen Goldprobleme gerade. Ich würde gerne noch den Turm halt wegkriegen, damit Wendy angreifen mit 300 Punkten. Wir warten auf euch. Auch gut Schaden verursachen können. Das wäre mir, glaube ich, auch langsam mal nicht blöd, wenn ich das bekommen würde. Komm, zwei, drei Schüsse noch und das Ding ist im Eimer. Doch nur zwei, weil mir drei gar nicht zu steck liegen. Jetzt sind wir hier gerade Punkte. Gut, Punkte. So, okay. Du da. Ein fetter Angriff dahin. Oha. Verkaufsbelagerungsgeräte stehen bereit. So. Der Tiger ist gut. Der hat gute Leute. Ja, gut. Dies würde sagen, die wir so machen und die zieht es nicht so aus, es wäre dies so immens. Ich brauche nur mehr Gold. Ich kann auch kein Holz verkaufen. Ich denke, die können alle verkaufen. Was können die verkaufen? Waffen, glaube ich, können die verkaufen, oder? Waffen können die verkaufen. So. Da oben. Okay. Schau mal, wie der Alumn ausrichten kann. Ähm, Eisel. Es wäre schlecht, wenn der jetzt unseren Belagungs-Turm hier angreift. So, das Problem habe ich mir jetzt schon gedacht, damit es auf den hier zuläuft. Ne, ne, alle schön auf den da schießen. Perfekt. So. Weg, 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 weg. Okay, gut, der kommt mit Akschenkämpfern. So. Ähm. Auf den da drauf. Okay, gut. Ein paar Mal verloren, aber wir sind noch nicht. Ähm, nice. Jetzt habe ich auch genug Gold. Ähm, wir kommen da vorne hin. So. Jetzt habe ich kein Gold mehr. Das ist in Ordnung. Das ist meine letzte Verteidigung. Also brauche ich jetzt noch ein paar Reiter. Wir haben sechs Pferde. Mir fehlt also Gold. Hey, mir fehlt mal wieder Gold. Wie schön. Ähm. Apropos Gold. Du fisch mal mit einer Angriff da aus. So. Brink uns zur Belagerung. Mh. Du stellst dich da vorne bitte auf. Und dann kannst du hoffentlich den da hinten abschießen. Ja, ne Eintreffer. Dann machen wir natürlich das Tor schon mal im Eimer. Gut. Aufstellen. Genau. So. Abbauen. Vorschieben. So. Und die kommen da hin. Ähm. Du baust dich auf. Ja, so. Warte mal. Das kann da werden. Tote Wasserbüffe abfeuern. Kranke Schweine. Donnerschlagbombe. Oh, nice. Da hoch. Donnerschlagbombe. Was macht denn Donnerschlagbombe? Wird das denn hier zu interessieren? Feuer. Uh. Okay. Mh. Einen toten Wasserbüffe hier hoch. Ah. Dauerschlagbombe macht das aus. Die brennen. Ne, diese Flammen wäre verloren. Uh. Feuer. Mh. Oh. Okay. Die Kühe sind nicht so nice. Kranke Schweine. Hier hoch. Schau mal, was der anrichtet. Kranke Schweine. Du kranke Schweine. Mh. Mh. Das vergiftet's. Fernkampfbelagerungsgeräte stehen bereit. So. Ähm. Ja. Hier hin. Huhu, du da. Ah, das ist das falsche. Genau. Dich wollte ich haben. Ähm. Und du, Shish. hier hoch. Gut. So. Hier hin bitte. Ich wollte zwar eigentlich die andere Einheit jetzt ausbilden, aber gut. Das ist auch nix mehr. Etwa jetzt nötig, dass ich mal die machen. Na gut, da haben wir eigentlich immer noch genug. Großer Angriff. Eisen. Da kann ich dann auch wieder einen großen Angriff ausfinden. So. Mh. Hier hin. Oh, da wird einer denn sterben. Und weht das Gold dafür. Fernkampfbelagerungsgeräte stehen bereit. So. Der Donner unserer Hufer wird über die Ebenen schallt. Mh. 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 So. Nicht mehr viel. Dann haben wir jetzt auch zerstört. Fremdorf ist bereit. Hörst du mal die Türme hier weg. Die machen zu viel Schaden. Oh, den der oberhalb war schon wieder vergessen. Ha ha ha. Ok, wenn das, der Turm jetzt dann weg ist. Dann werde ich mich hier um die Flammenwerfer kümmern. Noch einmal. Zwei Kanäle schießen, okay. Oh, äh. Natürlich daheim. Jetzt hat er eine Kuh oder Schwein dagegen geschossen. Schwein war es. War es noch nicht geplant. Überhaupt nicht. So. Und zwar mit dem hier da drauf. Ich hoffe, der ist jetzt weg dann noch. Wenn ich den jetzt dann treffe. Guck mal ein Drehböckchen. Daneben so. Stein ist ein schneller Wetter. Hä, hängt der da? Tatsache, der hängt ein Fuchs oben noch drinnen. Ich habe gerade gedacht, der ist halt sie ab. Aber nee, der hängt da wirklich nur noch fest. Oder so. Mach, äh. Mach da ein. Oh, ja, das heißt verseucht. Der Turm lebt noch ein bisschen. Hm. Eisen. Sechs Stück von denen hier. Da unten mit hin. Sieben Stück von denen hier. Da unten mit hin. So. Haben das hier hoffentlich bald. Perfekt getroffen. Dankeschön. Ähm. Hier oben hin. Komm schon. Hier Biffi. Der Turm da hinten. Wer ist noch? So. Beide mit Stein nur oben hin. Jetzt kommen die mit so einer Belagerung noch mehr dazu. Aber gut. Dafür habe ich zum Glück jetzt die Männer hingeschickt. Von. Und so einem Kameraden. Die Siegerung nicht auch gut rumkommend. Wie viel. Beritt eine Bogenschutznahme hier eigentlich. 61. Viel weniger als. Hälfte. Weniger als Hälfte als vorher. Beim letzten Bewerber des Morgen. So. Hier hin. So. So. Schaut mal. Naja. Naja. Das Tor der Sonne so richtig. Jetzt müssen wir noch ein bisschen üben. So, auf den noch. Wenn der da oben halt weggewehrt ist, wäre der für mich. Okay, gut. Ist weg. Die beiden anhalten. Angriff. Wobei ich den mal hier hinten nenne. Nein, nein, hier hin. So, und... Die rennen hier mit rein. Machen wir einfach hier hin. So, das war's. Das war ein gechilltes Level. Am Anfang ein bisschen stressig, weil sie da anmarschiert sind wie blöd hier hinten, aber... Sobald du den Tiger auf deiner Seite hast... Dann gib uns mal ein bisschen Eisen. Ich hab jetzt Punkte ohne Ende. Das war's. Sieg. Sieg, sieg, sieg. Ähm, wie viele Truppen haben wir verloren? Ich hab auch noch als Truppen getötet und 21er verloren. Ja, gut. Fertig. Das war's. rich Whether kein Fistan sniper footage. WeSC tatsächlich Phil ... Bub. Weically bec query. Mir.